So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich weiß nicht ob das noch weiter gespielt werden wird. So voller Bugs das hier, eine Lümpel. Hey. Aber, naja. Das ist dann... Warum jetzt wieder zurück? Hä? Was ist jetzt das, äh, was ist jetzt hier? Sache. Notizbuch. Hallo. Ich will das Notizbuch haben und nicht den Rotstar. Ach so, jetzt ist es mit der Kriegsschuppe. Also, das schaffen wir nicht, äh, in einer halben Stunde. Noch noch 20 Minuten, was ich aufnehmen wollte. Also, das funktioniert nicht. Halt im Maul. Oh, wie schießt denn der? Der armer Mensch. Tja. Ich brauch bloß ein bisschen und dann geht das schon. Schon wieder? Hund. Hau ab, du scheiß Köter. So. Was ist denn? Aber wir können uns die, äh, äh, Ansprache anhören. Da geht's ja nicht gleich los. Okay, wieviel seid ihr? Was fällt denn hier davon, Leute? Komm, wir machen mal. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Dann. Dann wollen wir noch ein bisschen dagegen. So. Schauschiebte Nummer eins. Da geht's... ...Goldenmedaille im Schaufschießen. Ha. Mach die aus. Was ist denn das? Turst schiebte. Da fängt gerade eins da. Was war's beim Blick gehen? Ich brenne die Kamera an. Und was denn, du Lauch? Was ist denn? Hast du keinen Spannstoff mehr? Und der Kleen Pistole da? Okay. Wieso holen da Flammen da vorhin? Verkauft. Und da verkehrt noch was? Das ist nicht der Spießstand. Oh. Ein Pfeifer. Oh. So, was ist da? Was ist da los? Du kannst gehen auf dem Auto, oder? Was ist denn? Ich kann mal klauen. Hey, ich bin ja Ketaktyler. Oh, du. Kann man neben. Kann man das? Ne, kann man nicht scannen, oder? Was ist das? Wir haben einen Sammel. Oh, du Dreckzackmann. Unmöglich, der Arschgeiger. Unmöglich. Nur Scheiße in der Birne. Danke, vielen Dank. Verneinander. In der Tatkisten. Da sind die Tatkisten. Das sind die Tatkisten. Wollen wir uns die Kisten einverleiten? Alle? Ja. Guck mal, ja, nun so viel schon. Uh, jetzt noch ein legendärer. Dengebendäres Tier. Uh. Dann gehen wir mal schnell dahin. Ja, Leute. Eine halbe Stunde schaffe ich nie und nicht mehr nach. immer die boote einzunehmen da war nicht noch ruhig mal über die kisten jetzt schon fünf minuten wir rennen von dahinten wollte man jetzt dahin rennen und das sind fünf minuten schon fünf minuten vergangen und wir kommen nicht weiter das war mal über die kisten dann geht das man kann man irgendwie hoch den hacken oder doch dann bin ich schon ein bisschen aus der übrigen spiel dort ein bisschen hier oder hinkommen ja mein haken so die erste gist ich weiß ja nicht was sie hier geraucht haben aber okay ich weiß ja nicht was sie hier geraucht haben aber okay mit zigarren hand im mund alles klar ist ja alle liebste kommen wir jetzt irgendwie hier kommen wir nicht wahr ja schön ist es da oben ja allerliebst liebes lieber tatte mir wie kommen wir jetzt da hoch ich weiß ja nicht was die geraucht haben den tag aber irgendwie haben sie mit ihrer figuren da kann man nicht einnehmen da steht auch nicht mal einer da läuft ein pferd ohne reiter jungs und mädels jetzt mal im ernst jetzt hier was soll denn das das muss einfach mal sagen weißt du das ist ja ja danke so wunderbar parkour armband okay wir fallen einfach runter die kiste kommen kommt man nur wenn man tauchen geht hier sind noch zwei kisten kann man kann man nicht hinbeben wie zu einer waffen kiste da rocky schmuggler gut wir haben das mal zuerst machen wir kommen hier kommen wir schnell reisen schnell machen das ist nur eine übergabe für autos Kannst du dir so eine kleine Hutzelkiste da holen? Ist mir... ist jetzt gar... Ne, ich fahr nichts mit dem Auto. Ich will Karo stiften. Und ich will das Auto fahren. Nein, kannst doch die Militärty damit überfahren. Dann geht doch mal dein Auto kaputt. Den Pferd haben wir hier. Ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr geritten. Juhu! Juhu! Nein, nicht runterspringen. Oh, geh mal rein, geh mal rein durchs Wasser. Das Pferd ist schlauer. Äh, hängt das auch in der Luft oder was? Guck mal. Ach, da oben! Ach, da oben! Was ist denn? Ich dachte, es hängt in der Luft. Und die Dornen hier sind. Halt, abschneiden! Stell, 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 runter! Oh mein Gott! Der Dorn ist ja wohl gestimmt. Noch ein Buben! Oh ne! Das wollte ich gerade nicht! Was macht der denn da? Weißt du was? Wir machen mal ein bisschen Stress. Komm! Schlag doch schneller nach! Ich schlampe ihr noch ins Gesicht schießen, klein neuste! Entschuldigung, durmmehr ja nicht sagen! Wir sind familienfreundlich! Ne? Ich dachte, wir können uns auf den Stühlen setzen! So, da muss man irgendwie hochkommen. Ich muss doch irgendwo noch hacken. Ach, sah! So, hacken! Hoch damit! Komm hoch, du klein, na lauf! Ach so, das ist wie scheiße! Das ist doch doof! Die Ecke scheiße hier! Hallo? Komm mal! Jetzt weiß ich nicht, wie es funktioniert! Ach so! Ach so! Hallo? Ähm! Okay! Das meine ich! Das Schwier ist so verpackt, Junge! Anu? Noch höher? Nee! Ach hier! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Stroh Blöde! Strohblinte! Hm! Sieh! Oh nein! Halt! Ey! Ich will gleich die Krise mit dem Ding! Ähm! So! So! Hier muss irgendwo in der Leiter... Ne! Hier muss doch irgendwo in der Leiter... Hier muss doch irgendwo in der Leiter... das ermitteln wir sind die stunden runter so machen wir den hakenland sehr schön so liegen sie doch um die toten warum wirst du sind nur auf der insel anfangs insel war ich schon mal gesagt das dauert eine weile das ist jetzt für die boote wo wir dann da drüber sein war nein wo wir ein boot abhauen können wir können jetzt komplett beenden danach oder machen weiter aber für die zuschauer hier werden werde ich noch das erste wie bei 35 wo man den kreis einsammeln musste da geht es nicht weiter oder wir lassen nicht so aber dieses ist hallo weiter geht das nicht rein wo sind denn die nächsten kisten da ist er da ist doch ein angebeamt was sind das kriptogramma kiste so das ist die sonne kiste so hier haben wir jetzt nichts mehr das wäre jetzt da so zuerst weißt du alles wirst du so das dann das ist du das was mein könnte man reiten und reiten und reiten bis dorthin das ist nicht so witzschau junge hallo ist das los hallo kannst du mal aufhören das ist ok das ist eine kristin warum man dafür da ist irgendwas Ok da haben wir das. So. Ist das jetzt wirklich nur eins oder? Sind das mehrere? Ja da müssen wir noch was finden. Hast du jetzt ein Schloss? Du hast zwei. Ok eine Fahne noch. Das muss ja in dem Gebiet hier sein weißt du? Ah das müsste jetzt alles gewesen sein. Oh ja. Na sammeln doch einen jetzt mal ein Lauch. Du böses Auto. Ist vorbei. Kann man auch schießen? Was ist denn das? Warum? Ernsthaft? Guck dir das mal an. Ich hör den kompletten Weg nach hinten rum gehen. Warum soll ich das tun? Warum soll ich so besoffen sein? Erzähl mir das mal. Überflacht. Ja warum mein Auto sprengt. Oh ne. So. Hast du den guten Raketenloch? Johnny das ist nicht der Spielstand. Du dem ich erlauben. Wie oft denn noch? Nein der ist immer Rucksack. Kokos. Wo? Kokos sind drin. Wirst du stehen. Oh der müsste jetzt unter uns sein. Ja. Der muss jetzt unter uns sein. So warte mal. Der sieht so aus wie so ein bisschen. Ich will nicht ja. Da ist er. Das ist doch. So. Einsammeln. Das haben wir hier schönes. Fuhr. Parkour dreht doch. Parkour dreht doch. Parkour dreht doch. Wie die da ist. Das gehört schon hier. Die drehten hier in den Parkour. Was weiß. Die sind so eine Parkour dreht doch wie äh. Kyle Tray nochmal hat. Äh. Das Zimmer. Wir ziehen. Wir haben doch gerade. Was ist hier? Ein Lager. Ein Lager. Ein Lager. So wie gesagt. Jungs und Mädels. Das äh. War es für diesen Park. Ich habe gesagt. Es dauert ewig. Das ist ein rotes Gebiet. Irgendwann. Dass man die. Schiffe machen kann. Schade ist nicht gekloppt. Äh. Weil. Das dauert wirklich ewig. Jeder da die. Kaputtschießen. Dust und alles. Und dann bräuchte man auch ein Scharfschützengewehr. Das ich nicht habe. Noch nicht. Ich habe kein gutes Scharfschützengewehr. Das ist das Problem. Ich habe bloß dieses Lochding hier. Das würde jetzt zwar mehr bringen als wie. Das Sturmgewehr. Was wir da haben. Und Schrotbrinte bringt erst gar nichts. Da. Da ist alles noch zu. Deswegen. Hat es keinen Sinn. Ich wünsche euch noch was. Kommen wir hier. Kommen wir raus. Wollen wir hier raus. Und was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Wo ist die nächste Kiste? Wo werden die nächste Kiste? Das wäre dann die hier. Die kann man jetzt anklicken. Aber du müsst mal. Zöcke. Ich werde dann für den nächsten Part mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber jetzt zurzeit kann ich es nicht. Zeitlich angebunden. Das heißt ja. Corona auf Arbeit ist nicht schön. aber trotzdem muss die wirtschaft hoch gehalten werden und die gesundheit niedlich die lieben politiker hier okay ich wünsche euch was haut rein und tschüss